das zweite ok ich will machen einfach mal freestyle und wir gucken mal was passiert so herzlich willkommen zu diesem video freunde ihr könnt ihr euch daran erinnern wir haben schon super viele gemacht wir haben zum beispiel schon tik talks ausgecheckt von euch und ich durfte nicht lachen sonst muss ich 20 subs giften 10 subs 1 ab freunde heute haben wir was neues ich habe meiner mom geschrieben dass sie mal in tik tok gehen soll und sie soll einfach mal mir ganz normal die sachen schicken die sie so normal auch leiten würde das ist viel zu lang das können wir nicht nehmen wir müssen es noch mal machen wir müssen es noch mal faken wir müssen es noch mal faken es war zu lang es war zu lang bro es muss kürzer sein es muss kürzer sein kürzer sein was geht ab herzlich willkommen zu diesem video freunde was geht ab ihr könnt euch vielleicht daran erinnern wir haben 2 4 5 Vielen Dank.